Ja, hallo liebe Geschwister, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich auf die Gefühle und den Gehorsam unseres Herrn Jesus Christus eingehen, verschiedenen Bibelversen. Und dazu fangen wir gleich mal an. In Johannes 12, 27, ich habe verschiedene Bibelbesetzungen aufgemacht, zum Vergleich, und wir lesen, Jetzt ist meine Seele voll Unruhe. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Jetzt habe ich große Angst. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Mir ist jetzt sehr bange, was soll ich tun? Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Okay? Der Sohn wusste, was ihn erwartet, aber er war dem Vater gehorsam. In Matthäus 26, 38 steht, Da spricht er zu ihnen, Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Das war im Garten Gezemane, kurz vor der Gefangennahme Jesu. Und er sagte ihnen, ich bin so bedrückt. Ich bin mit meiner Kraft am Ende. Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Johannes 2, 5-17 Und er machte eine Geisel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Samt den Schafen und Rindern und Wechseln verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, Schaff das weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass es geschrieben steht, Der Eifer um dein Haus hat mich verzerrt. Steht auch in Psalm 69, 10. Also hier wird auch nochmal die Gefühlslage eindeutig von unserem Herrn Jesus Christus. Und weiter geht es in Hebräer 5, 7, wo steht Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet, unter Tränen gebetet und zu dem gefläht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen Ehrfucht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Elberfelder spricht von Sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht. Ja, wir haben ja einmal den Sohn, der unter Bitten und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem Vater dargebracht hat, damit er ihm erhören wird und aus dem Tod retten kann. Bitten, Flehen, lautes Rufen und Tränen. Bitten und Flehen mit lauten Schreien und mit Tränen. Wenn das keine Emotionen sind und Gefühle sind, dann weiß ich auch nicht. Hier ist eine klare Unterscheidung zwischen Gott Vater und Gott Sohn, zwischen Gott Sohn und Gott Vater. Der Sohn hat dies offenbart dem Vater, der ihn aus dem Tod retten kann. In Römer 5,19 geht es um den Gehorsam. Da heißt es, Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Durch den Gehorsam des einen, Herrn Jesus Christus, auch durch den Gehorsam des einen. Der Herr Jesus war gehorsam bis zum Tod. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, bis zum Tod am Kreuz. Hebräer 5,8 So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Der Sohn hat gehorsam gelernt gegenüber dem Vater, unser hoher Priester nach der Ordnung Melchizedek. Da sprach ich, siehe ich komme in der Buchrolle, steht von mir geschrieben, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Und als letztes noch Matthäus 26,42 Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Ja, das ist das Gebet Jesu zum Vater. Ja, diese Bibelstellen wollte ich euch nur mitteilen und ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch wieder ein bisschen mehr Erkenntnis geben. Ja, forscht selber in der Bibel nach, lest selber viel in der Bibel, das ist das aller, aller Wichtigste, das eigene Bibelstudium. Ich kann es nur wiederholen und prüft alles, was Gute behaltet. Wünsche euch in diesem Sinne alles Liebe, alles Gute, Gottes reichen Segen in Jesu Namen und so Gott will. Bis zum nächsten Video. Euer Christian. Ciao, ciao. K Untertitelung des ZDF, 2020